In der Destillationsanlage wird das Rohöl in verschiedene Grundprodukte getrennt. Das Grundprodukt für den Flugturbinentreibstoff Jet A1 destilliert bei einer Temperatur von etwa 200 Grad Celsius. Zur weiteren Verarbeitung wird es aus der Rohölanlage in die sogenannten Merox-Anlagen weitergeleitet. Hier wird das Kerosin zu Flugturbinentreibstoff Jet A1 veredelt und in riesigen Tanks eingelagert. Die OMV Deutschland versorgt damit unter anderem die Flughäfen München, Salzburg, Nürnberg und Stuttgart. Das Grundprodukt für Diesel destilliert bei einer Temperatur von etwa 270 Grad. Zur weiteren Verarbeitung gelangt es in die Entschwefelungsanlagen. Hier wird es mit Wasserstoff versetzt und erhitzt. Das heiße Gemisch wird dann in einen Reaktor geleitet, wo sich Schwefel und Wasserstoff zu Schwefelwasserstoff verbinden. Am Ende dieses Prozesses steht der gereinigte Dieselkraftstoff. Der OMV-Diesel der jüngsten Generation erfüllt alle Qualitätsansprüche. Er entfernt Ablagerungen an den Einspritzdüsen und verhindert unerwünschte Verkokungen. Zudem beinhaltet er bis zu 7% biogenen Anteil und trägt somit zur Umweltentlastung bei. Das Grundprodukt für Ethylen, Propylen und weitere gasförmige Stoffe destilliert bei einer Temperatur von 130 bis 150 Grad. Nach der Destillation gelangt die Flüssigkeit über das Tanklager in den Spaltofen. Hier wird sie auf 850 Grad erhitzt und über die Gasaufbereitung zur weiteren Verarbeitung in die Ethylenanlage geschickt. Hier werden aus dem Gemisch Ethylen, Propylen und weitere Stoffe in hoher Reinheit gewonnen. Ethylen dient als Grundstoff zur Herstellung von Polyethylen, bekannt unter dem Kürzel PE. Im Alltag begegnet man dem Polyethylen überall, zum Beispiel in Form von Kosmetika, Kleidung, Waschmitteln, Getränkeflaschen, Verpackungen, Folien, Farben, Rohren und vielem mehr.